Düsseldorf, 2. April 2018. So, wir beschäftigen uns heute nochmal mit Raphael Bläser. Der sitzt hier neben mir. Den hatten wir schon mal interviewt vor circa anderthalb Jahren in Monheim. So, wir würden gerne mal eine kurze Zusammenfassung noch hören, was in den anderthalb Jahren so passiert ist. Wir haben das letzte Video gedreht. Ich meine, das war am 16. März 2017. Nach der Gerichtsverhandlung oder kurz davor und danach. Wo das Amtsgericht Langenfeld Raphael aus der Betreuung des Jugendamtes entlassen hat. Es gab ein Urteil, ich glaube vom 21. März 2017. Und Raphael wurde aus der Betreuung entlassen, gemäß § 1896 BGB. Der besagt, er muss betreut werden und aus dieser Betreuung wurde er befreit. Also nochmal ganz kurz zur Präzisierung. Aus der Betreuung wurde er befreit. Das heißt, die Betreuung wurde ihm erspart. Die hat nicht tatsächlich stattgefunden. Die war beabsichtigt vom Jugendamt. Richtig? Ja, eine Sache muss man noch hinzufügen. Raphael ist Anfang September geboren. Und er ist zu den Eltern das erste Mal am 21. November nach seinem 18. Geburtstag gekommen. Und da musste er schon unterschreiben, dass er dieser Betreuung zustimmt. Sonst würde er nicht zu Besuch kommen können. Das heißt, man hat dafür gesorgt, dass Raphael Unterschrift geleistet hat. Und damit die Zustimmung zur weiteren Betreuung. Ohne dass man ihm erklärt hat, was das bedeutet. Ja. Stimmt das? Ja. So, und dann ist es... Und was würde das denn bedeuten? Das würde bedeuten, dass er für, wie das Schreiben des Jugendamtes sagt, dass er für 14.000 Euro monatlich vom Jugendamt Monheim betreut wird. Und wir teils... Als Erwachsener. Richtig. Also über das 18. Lebensjahr hinaus. Für zunächst mal unabsehbare Zeit. Ja, auf jeden Fall. Das ist jedenfalls nicht... Das Ende dieser Betreuung ist jedenfalls nicht definiert worden. Und da die Geschichte heutzutage weitergeht, kann ich heute genau sagen, sogar aufgrund welcher Dokumente das Jugendamt ihn betreuen wollte. Da wird die Sache erst interessant. Also die letzte Diagnostik vor der Gerichtsverhandlung am 16. März 2017, da war die Gerichtsverhandlung, wurde erstellt im Januar 2012. Januar 2012, die Diagnostik, Entlassung aus einer Klinik, das als Grundlage für die Betreuung im März 2017, dem Gericht vorgelegt. Es gab noch ein Attest von einem Arzt und das Attest stammt vom 30. August 2016. Es ist aber ein Attest, wo der Arzt schreibt, er hat Raphael im Januar 2016 gesehen. Er hat im Januar Raphael gesehen und Ende August stellt er das Attest aus. Und er weiß in diesem Attest darauf hin, dass er Raphael angetroffen hat, damals in Frankreich war das. Raphael hat Anfang September Geburtstag, das Attest hat Datum 30. August 2016, ja, und beschreibt Zustand aus Januar 2016 aus Frankreich. Und da schreibt der Arzt, der Vormund erinnert den Arzt. Und dann schreibt der Arzt noch, was der Vormund da so erzählt und so, dass Raphael so diese Ausbrüche, aggressive Ausbrüche hat. Und dass die Betreuer in Frankreich sagen, er hat diese unkontrollierte Ausbrüche und so weiter. Das heißt also, der Arzt hat das nicht selbst festgestellt. Das schreibt der Arzt, ja. Meine Frage an Raphael, hat dich der Arzt im Januar 2016 in Frankreich untersucht? Untersucht nicht, also er war kurz da, aber er hat mich nicht untersucht. Danke. Hat er mit dir geredet? Ob es mir gut geht? Ja, das habe ich gesagt, aber im Moment. Er hat gefragt, wie geht es dir und du hast gesagt? Mir geht es im Moment gut. Und das war es? Und danach ging er eigentlich auch wieder runter. Okay. Also das waren die beiden ärztlichen Dokumente aufgrund dessen das Jugendamt dann für die Betreuung. So, was ist jetzt nochmal das, was ist denn das Fazit dieses Attestes oder dieser Untersuchung, das Ergebnis? Das Fazit ist, er hat Raphael gesehen vor sieben Monaten. Der Vormund sagte, die Betreuer von Raphael sagen, dass er immer noch die unkontrollierten, aggressiven Ausbrüche hatte und der Arzt kennt Raphael seit 2011 und deswegen ist ja der Meinung, dass Raphael betreut werden muss und zwar für längere Zeit. Sagt der Arzt. 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 ja der peter war am sensen ich war hab gesagt o peter ich hab mal ein steinpilz gefunden ist den ma und hab den direkt reingebissen und ja als er dann gemerkt hat dass ich den wieder ausgespuckt haben gesagt hat er gar kein steinpilz war da hat er sich den angeguckt und hat gesagt ein satanspilz und so schnell wie der eine kanüle da zusammen gebastelt hat hat er mir irgendwie oder irgendwas er hat mir auf jeden fall gespritze entgegen giftend ist also der peter hat immer was auf tasche gehabt das heißt der betreuer war auf solche vergiftungs vorfälle irgendwie vorbereitet also oder ausgestattet ist ja mit ihm selbst auch schon mal passiert ja das heißt das heißt du hast also quasi in der obhut des jugendamtes in der wildnis gelebt und hast dich auch aus der wildnis ernährt doch wir haben einen garten hatten wir angelegt und ziegen hatten wir halt alles gab es überhaupt eine schule in der nähe oder hat man dir vorgeschlagen in die schule zu gehen oder unterricht zu machen die haben vorgeschlagen aber dann hat das jugendamt gesagt also der peter hat mir vorgeschlagen es gibt eine schule unten in massat aber dann hat er mein jugendamt natürlich gesagt nee das wäre zu kosten auch wenn ich war ja dann nur für französisch ist dann muss auch wenn dann auf einer spezialschule die die wäre die nächste wäre in toulouse gewesen und das wäre zu teuer gewesen die fahrt und alles drum und dran sagt so wie die sagten weil toulouse wäre sagen wir mal 150 oder 250 kilometer entfernt das heißt also man fand eine schulausbildung für dich zu teuer ja also diese perversion muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen da wird ein deutscher jugendlicher nach frankreich geschickt in die pyrenäen und man verzichtet darauf dir eine schulausbildung zukommen zu lassen und jetzt bist du fast 20 jahre alt und kannst nicht schreiben ja das muss jetzt alles nachgeholt werden und wie das abläuft das wissen wir noch nicht aber auf jeden fall vermute ich auf kosten der steuerzahler ja du hast du sagst du hast da pflanzen kennengelernt verschiedene pflanzen was für eigenschaften die haben wie die heißen und wie man die verwenden kann was hast du da auch noch gelernt also was hast du da den ganzen tag gemacht außer das was du über pflanzen gelernt im alter von im alter von 14 14 bis 16 ja wo eigentlich schulunterricht angesagt wäre ich habe ziegen gehütet teilweise auch bis in die nacht weil die ziegen ein bisschen zu wenig fressen hatten ich habe transporte gemacht was heißt das transporte teils mit dem pferd teils mit meinem rucksack also so wie 30 kilo futtersäck halt das heißt du musst das in deinen rucksack 30 kilo futtersäck nehmen und zu den ziegen oder tieren oder hochbringen einfach nur hochbringen und mit dem pferd mit dem pferd haben wir bretter transportiert halt um sachen weiter auszubauen ich kann wie kann ich mir das vorstellen hat das pferd das gezogen auf den schlitten gezogen wurdest du für diese arbeit irgendwie bezahlt zum teil wie sah das aus die bezahlung der peter hat mir halt 56 euro so gegeben hat das jugendamt jetzt nicht unbedingt wissen musste und ja ansonsten habe ich halt vergünstigungen gekriegt halt ab und zu kamen dann halt mal nachbarn vorbei wenn ich an denen ein bisschen geholfen haben wenn ich dann von unten haben dann gesagt wenn jetzt mit dem pferd da was hochziehen könnte dann das und das mal mitbringen weil das von dem nachbarn da ist hat der nachbar mir halt auch irgendwelche sachen dann halt zugeschenkt noch eine frage was wäre gewesen wenn das jugendamt von dieser bezahlung erfahren hätte das was genau passiert ist was denn hat die mich von peter weggenommen haben gesagt ich will der wäre nicht gut für mich in der frage rumänien geschleppt haben und muss was hast du in rumänien gemacht holzkohle mit gummistiefeln du warst schon 16 wo sie dich nach rumänien geschleppt 17 hast du gesagt du möchtest das nicht oder hast du gesagt ich will dann nach rumänien ich habe gesagt ich will ja nicht hin weil habe ich ja nichts damit den mit den rumänner am hut eigentlich und was haben die darauf gesagt haben sie darauf gesagt frankreich wäre nicht gut für mich so also das jugendamt war anscheinend damit einverstanden dass du dort arbeitest eigentlich ja aber die wollten nicht dass ich das geld von peter annehmen sie waren aber nicht damit einverstanden dass du bezahlt wirst für diese arbeit genauso wenig in der zeit haben die mir auch kein taschengeld genauso wie bekleidungsgeld nicht gegeben die frage ist wer das eingesagt hat der peter ganz sicher nicht der peter hat gar nichts gekommen ist taschengeld die kinder bekommen taschengeld kannst du dich noch erinnern seit wann du taschengeld überhaupt bekommen hast ob du taschengeld bekommen hast und wie viele waren das ich glaube das einzige mal wo ich taschengeld bekommen hat war in hasenburg weißt du noch den betrag ungefähr und das vier monat vier woche oder nicht mehr genau also stopp 40 wenn dann monatlich wahrscheinlich monatlich also bekleidungs war gehalter stoppt dreifache ja 120 wurde der unterschied gemacht zwischen taschengeld und dem geld für die arbeit du das die geleistet hast weil das ist was anderes taschengeld was dir sowieso zusteht ja und das ist dann geld für die arbeit die du geleistet hast frankreich wird in frankreich hat ja kein taschengeld deswegen habe der peter hat mir das halt so zugesteckt gewissermaßen ja so könnte man sagen ja in rumänien welche arbeiten musstest du da machen nachts über einem zelt schlafen was neben dem fluss war der übernacht auch mal wenn es sehr stark regnet mal überflutet und ich dann im wasser pennen was für arbeiten musstest du die holzkohle die halt brannte schon aber nicht richtig brennen durfte ich muss nur nass machen und zwar mitten in der nacht auch das war also die arbeit eines köhlers die du da absolvieren musste ist das hast du da auch eingeatmet sehr viel sehr viel das ist gesundheitsschädlich ja das weißt du hast du dich mal beschwert dass du diesen rauch einatmen muss die ganze zeit öfters beim jugendamt und was haben die dazu gesagt nicht der film was haben sie gesagt die haben gesagt hat statt machen muss halt ja kannst du dich noch an den namen erinnern wer das gesagt hat oder an die person wer das gesagt hat auf jeden fall nicht mein vormund sondern die vom jugendamt die welches jugendamt ist das monheim hattest du entsprechende schutzkleidung bei der arbeit gehabt bei in rumänien bei holz was hattest du angehabt und das hatte ich jetzt gerade auch an also bis auf den pullover und die schuhe gummistiefel hast du dabei heiße füße gekriegt ab und zu wenn ich zu nah ans mittelstück gegangen bin wie lange hat das gedauert diese arbeit als köhler also herstellung die ganze zeit ja wie lange ungefähr ein jahr ich glaube ich bin mit 17 18 dann als stand 18 geworden bin kurz bevor ich zu meiner mutter gefahren bin damit auch aufgehört weil ich ja also circa ein jahr hast du da diese arbeit gemacht das heißt also gefährliche arbeit musstest du machen unbezahlt ja das jugendamt wusste dass du hattest dich beschwert dass sie die ganze zeit rauch einatmen muss das wolltest du nicht und das ist gefährlich und man hat sich das machen lassen das macht das jugendamt wenn es kinder in obhut nimmt anstatt schulbildung ja das ist eine drecksarbeit dass eine gefährliche arbeit die normalerweise sehr mit mit gefahrenzulage bezahlt werden müsste und dafür zieht man die jugendlichen heran ja das schlimmste aber war jetzt nicht statt kohlenmonoxid wird durch den rauch entstanden ist sondern wir haben ja zum teil auch noch grüne bäume und die bäume waren ich weiß es nicht schwarz erde und noch eine andere die wegen die farbe die die blätter produzieren wenn man die euro füllt wird dann durch das verbrennen entstehen noch andere gefährliche gase dabei entstehen wahrscheinlich hunderte von krebserregenden substanzen ja also eine hohe gift und feinstaubbelastung und das musstest du ein jahr lang praktisch täglich da über dich ergehen lassen ja ich bin der meinung das ist ein absolut kriminelles verhalten dass das jugendamt eine kriminelle behörde ist das wissen wir es kommen immer mehr details ans tageslicht die das untermauern die das beweisen und es sollte hier schadenersatz gefordert werden und es sollten auch die verantwortlichen zur rechenschaft gezogen werden die frage ist natürlich wie setzt man das um aber ich denke mal wir werden uns darum bemühen hier einen weg zu finden das was beate gerade noch sagen wollte mit den was ich da noch gemacht habe ab und zu haben sie mir eine kettensäge gegeben wegen der stamm passt nicht oder sonst was halt nur für die holzkohle war das also du musstest also holz zurechtschneiden das hat richtig rein passt in den burscheid wie wird denn die holzkohle hergestellt wie muss man sich das vorstellen in der mitte wird ein kleiner atom aufgebaut heute ist eigentlich schnuppe holz also jegliches holz was im wald anfällt das wird aufgeschichtet dann in der mitte haben wir dann noch so reststücke die werden da rein die nicht zum teil verbrannt sind die werden dann halt zum anzünden benutzt dann wendet fünf schichten müssen bis oben hin drauf kommen ja dann wird ein kleiner tunnel gelassen zum anzünden am ende dann kommt dann bevor wir als anzünden kommt stroh dann erde und dann noch ein asche zum teil da keine luft durchkommt dann wird es kurz nass gemacht und dann wird es angezündet ja wer hat wer hat sich eigentlich darin unterwiesen wer hat sich unterrichtet wie das gemacht wird eigentlich mitarbeiter vom jugendamt aber der ist dann am ende abgehauen und hat mich dann da mit den rumänen also mit der annuschka und dem kochi allein gelassen aber die konnte ich mir zum teil unterhalten aha also was wurde denn mit der holzkohle gemacht die wurde verkauft von wem von den leuten der der chef von kochi und annuschka war moment was was ist das für eine organisation welche organisation hat die holzkohle produziert war das irgendwie eine firma oder war das eine firma aber die hat da eigentlich nichts mit dem jugendamt zu tun die annuschka und der kochi waren halt so freunde von denen da von dem ensemble wo ich in rumänien gebracht wurde ja also dieses sogenannte ensemble gmbh die haben sich die haben sich in rumänien untergebracht und freuen dann auch in frankreich und vorher in frankreich so und ich möchte ich würde gerne herausfinden wer hat die holzkohle verkauft und wer hat das geld dafür kassiert ich meine dich haben sie da die dreckarbeit machen lassen die gefährlichste die ungesundeste arbeit und irgendjemand hat das produkt verkauft und sozusagen an deiner arbeit und an deinem gesundheitlichen risiko verdient hast du irgendeine ahnung wer das war der chef von kochi und annuschka halt wenn dann der chef von denen was was ist das was ist das für eine firma wovon ist er chef ich hab den nur einmal mit seinem auto vorbeifahren sehen also die kochi annuschka die arbeiten da um ihren lebensunterhalt zu kriegen ja genauso wie und du warst dann quasi ein mitarbeiter hast du geld bekommen für deine arbeit hast du taschengeld bekommen dann 44 weil ich ja ein jahr älter geworden bin gab es eine schule in der nähe wo du hingehen konntest und schon mal gar keine deutsche schule es war ja auch gar nicht beabsichtigt dich überhaupt zu unterrichten das war jetzt nicht das wäre jetzt nicht das problem gewesen in rumänien in transsilvanien sprechen sie alle teilweise deutsch gibt es da eine deutsche schule das hätte es gegeben aber in der nähe eine kleine aber die hat nur alle drei tage offen gehabt und warum bist du da nicht hingekommen hätten die mir ganze taxi dahin schicken müssen oder so wie die es mir gesagt haben es wäre also auch wieder zu teuer gewesen und dann macht es sich finanziell natürlich besser sich drecksarbeit machen zu lassen ohne bezahlung ich auch nicht verstanden hätte ich hätte ja nur über den berg laufen müssen einfach also zu der schule also der weg war eigentlich gar nicht so weit aber es wurde als argument herangezogen das können wir uns nicht leisten sich dahin zu bringen das wäre als argument nicht gewesen weil die gesagt haben als ich dann auch zu denen gesagt habe ich könnte ja über den berg laufen haben sie seit viel zu gefährlich nach ich zu denen gesagt also sie nennen wenn ich über den berg laufe viel zu gefährlich wo auch eine straße ist wo man lang laufen kann zwar vom förster aber finden die gefährlicher als wenn ich auf heißer kohle rumlaufe das finden sie nicht gefährlicher das ist einfach nur ein vorgeschobenes argument aber da bestehen genauso gesagt ja aber was sie eigentlich wollten sie wollten sich ausbeuten siehst du das auch so heißt das also ich habe jetzt zugehört heißt das dass du selber nach der schule gefragt hast dass du selber lernen wolltest in frankreich auch gefragt weil es wird behauptet ich hätte keine lust gehabt ja du wärst unbeschulbar ja die nächste behauptung du hättest aggressive ausbrüche und mit welchen werkzeugen hast du überhaupt gearbeitet ich habe gerade von kettensäge gehört was in frankreich in rumänien mit kettensäge zum teil ab und zu auch mal mit einer axt langstiel hat und eine spalt axt und in frankreich ja wir haben mir halt der feder hat mir halt gefällige werkzeuge gegeben aber die habe ich hat er gesagt wenn ich davon was benutzen will muss ich mir selbst kaufen und hast du das gemacht das habe ich gemacht dann irgendwann und was hast du dir gekauft eine japanische säge also eine klappsäge die war jetzt nicht zum klappen aber die konnte man halt beim bein hier fest schnallen halt mit gut eine kleine axt hatte ich eine große und meine stechspate die ich immer noch habe und warum hast du dir das gekauft weil ich eine sache da hat mich das jugendamt nicht von abhalten können ich wollte meine skulpturen weitermachen das heißt du hast einen du würdest gerne was eine ausbildung machen in welche richtung am liebsten zu skulpturen aber also eine künstlerische richtung aber ich will meine tierische übergabung nicht vernachlässigen will ich eigentlich aber auch tiere irgendetwas machen so eine richtung die eine sache kann ausbildung sein die andere kommt wenn dann das meine skulpturen wenn er als hobby und tiere als arbeit wenn dann ja das ist natürlich deine heimat ist hier in der nähe von düsseldorf und da muss also erst mal was gefunden werden im grunde genommen hat man sich völlig am bedarf vorbei aufwachsen lassen und lernen lassen nämlich in der wildnis in den pyrenänen oder in einem gebiet in rumänien wo holzkohle hergestellt wird was also immer in der natur draußen und hast natürlich heute hast also nicht lesen und schreiben gelernt das ist dir nicht beigebracht worden wobei das lesen hast du dir mittlerweile selbst beigebracht und mathematische kenntnisse rechentusche normalerweise so aus dem kopf halt ja gut aber du schreibst aber du kannst du kannst aber schreiben ich bekomme von dir nachrichten und die sind geschrieben dass das schreibst du selber ab und zu schreiben ist ab und zu wenn es längere texte sind mache ich mein mikrofon halte an was ich eigentlich der punkt den ich eigentlich erwähnen wollte war man hatte ich fernab sozusagen der zivilisation aufwachsen lassen du hast gewisse fertigkeiten entwickelt sich in der natur durchzuschlagen aber es ist dir völlig unbekannt wie man in der zivilisation in einer großstadt zurechtkommt ja also es fängt damit an vieles hast du jetzt auch durch uns gelernt also ein bankkonto eröffnen behördengänge und und so weiter auch unterkunft in jugendherberge also zimmer bestellen und so weiter all diese dinge das nächste wäre jetzt wohnungssuche da ist aber schwierig weil geben gewisse voraussetzungen fehlen du kannst noch nicht schreiben jedenfalls keine handschrift es fehlt also an den essentiellen kenntnissen um in der normalen in der normalen gesellschaft in der stadt zurechtzukommen